Einen wunderschönen guten Tag und frohe Weihnachten! Ich will euch heute mal ein bisschen zeigen, wie Weihnachten hier in Mauritius aussieht. Wir sind hier gerade in der Cascarelle Mall in Fleck-en-Flac und ich zeig euch mal ein bisschen, wie die hier dekoriert haben und wie so der Vibe ist bei 30 Grad im Schatten. Also, let's go! So, Leute, ich glaube, ihr hört mich. Die haben hier auf jeden Fall überall Props. Das heißt, ich kann hier zur Center telefonieren. Ich weiß nicht, ob man mich hört, aber yes! Let's go! Also, man sieht auf jeden Fall hier überall so Schnee an den Dächern und überall, überall sieht man vor allen Dingen Sunnyboy. Oldschool Sunnyboy ist hier. Machst du mal hier so, als wenn du ein Bild von mir machst? Ist natürlich kein Bild, aber wir tun einfach so. Ja, also sehr, sehr weihnachtlich. Oh, wir gehen zum Weihnachtsmann und fragen, ob wir ein Bild machen können. So, wir sind hier gerade bei der nächsten Mall, bei der Phoenix Mall und jetzt gucken wir uns gerne mal hier an, wie es... wie es aussieht an Weihnachten in der Phoenix Mall. Also, bis gleich. So, wir sind hier gerade in einem Laden. Hier gibt es sehr, sehr viele Weihnachtsartikel. Das war die einzige Weihnachtsstimmung, die hier so gefühlt aufkommt. Also, weihnachtlicher als das wird es nicht mehr. Frohe Weihnachten, Leute! So, nächste Mall. Wir sind jetzt bei der La City Trianon Mall, hier in Mauritius. Und jetzt gucken wir uns mal hier an, wie hier die Weihnachtsstimmung ist. Es ist jetzt schon der zweite Weihnachtstag, also der 26. Es ist dementsprechend alles ein bisschen ruhiger und die Leute gehen nicht mehr ganz so viel einkaufen, aber... geschmückt ist trotzdem noch. Musik Musik In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten. Liebe Grüße aus Mauritius und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.